so heute haben wir noch einen schönen neueingang und zwar eine mechanische tafelschere fabrikat sedan zwei meter mal drei millimeter maschine hat einen durchgehenden niederhalter mit hartgummi leiste und einfach fußtaste hört sich alles gekriebe hört sich alles sehr sauber an maschine ist aus 2005 und dann haben wir eine ordentliche konstruktion stabiler maschinenbau hinten haben wir den hinteranschlag 750 mm manuell zu verstellen messer sehen auch ordentlich aus das zielanzeichen ist noch drauf was so viel bedeutet wie die messer wurden noch nicht geschliffen bisher und schaltschrank ich habe jetzt keinen schlüssel da aber da sieht auch alles sauber aus das sehen sie auf den fotos insofern aus meiner sicht können sie damit nicht viel falsch machen ja ich wünsche mir dass sie sich für die maschine entscheiden und wenn dem so ist wie immer viel erfolg damit